Was fehlt bei Werder für die neue Saison? Aufstellung, Transfers und vieles mehr. Darüber hat Kick auf dem Video gemacht und zwar in seinem Format Hotofix. Werder Bremen. Wir schauen heute in das Video rein und machen das Ganze jetzt mal im Videoformat. In dem neuen Format Nico reagiert. Wenn euch das gefällt, schreibt es gerne direkt in die Kommentare rein. Lasst ein Däumchen da oben da, gerne ein Abo da lassen, meine Freunde. Denn ich habe vor, dieses Format, was wir jetzt hier heute machen, häufiger eigentlich zu machen. Wenn das bei euch ganz gut ankommt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass einzelne YouTuber eben ihre Reactions teilweise gar nicht live mehr machen auf YouTube, sondern eben per Video reagieren. Und ich finde das gar nicht mal so verkehrt, weil man dann vielleicht gar nicht so abgelenkt wird vom Chat und die Reaktion dadurch ja immer länger und länger wird, sondern eben wirklich dieses Video schaut und jetzt eben das Ganze als Video hochlädt. Vielleicht gefällt euch das Ganze ja. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung angewiesen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt. Und bevor wir ins Video starten, eine kurze Notiz für euch. Ganz, ganz wichtig. Schaut mal hier. Überprüft doch alle gerne mal, ob ihr die Glocke aktiviert habt. Denn von den 26.000 Abonnenten haben 4.600 Leute ungefähr die Glocke aktiviert. Und YouTube macht immer wieder so Aktivisierungen richtig. Es kann sein, dass ihr die Glocke aktiviert mal hattet, aber jetzt nicht mehr. Deswegen geht da alle nochmal drauf. Aktiviert ihr. Dann bekommt ihr auch über jedes Video Bescheid. Bekommt jedes Video mit. Würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir sind, ihr seht es auch in den Prozenten, typisch auf YouTube. Wir sind im gesunden Mittelfeld, wenn man mal so das Ganze mal so sieht. Aber wir können uns, glaube ich, da noch bessern. Genauso wie hier. Abonnenten und Nutzer ohne Abos. Da haben wir auch eine gute Quote. Aber auch hier, vielleicht schaffen wir es ja Richtung 70 Prozent. Das heißt, alle nochmal ein Follow da lassen. Und dann geht es los mit dem Intro. Und dann geht vollgaslos in die Reaction. Der ist gut! Der ist gut! Wir haben gegen Bayern gewonnen! Und damit starten wir rein in unsere erste Reaction bei diesem neuen Format. Niko reagiert. Wenn das Format gut ankommt, wird der Tino uns mit Sicherheit hier auch nochmal einen Thump zu machen. Also beziehungsweise einen Overlay zu machen. Mit Anstatt Werder Update. Da Niko reagiert für das neue Format. Aber schauen wir jetzt erstmal rein, was der liebe Kick-Off hier zum Werder-Thema gesagt hat. Wie hat er denn Werder nach Europa gebracht? Schauen wir mal rein. Auf Kick-Off zur nächsten Folge von How to Fix. Heute gucken wir auf Werder Bremen. Bremen ist ja in der vergangenen Sorte Tabellenneunter geworden in der Bundesliga. Man hat damit eine ganz gute Spielzeit erlebt. Auch wenn es insgesamt dann doch schon viele schwankende Leistungen gab. Denn irgendwann war man immer unterwegs zwischen einer gewissen Abstiegsangst, dass man doch noch unten reinrutschen könnte. Aber eben auch der Hoffnung, Europa erreichen zu können. Unterm Strich war es auf jeden Fall ein erneut gutes Jahr. Muss man ja auch mal sagen, in der letzten Saison waren diese Schwankungen natürlich extrem. Aber liegt auch so ein bisschen an der Tabelle, wie nah war zwischenzeitlich ein Relegationsplatz und ein Europa-League-Platz. Das war schon sehr, sehr crazy. Und dadurch, dass wir immer irgendwie in gewissen Phasen in der letzten Saison gespielt haben, haben wir irgendwie da auch immer hin und her getaumelt, wenn man so möchte. Insgesamt ein Schritt nach vorne. Und der nächste Schritt, der soll jetzt auf jeden Fall direkt folgen. Denn Bremen ist ehrgeizig mit Fritz, Niemeyer und Werner. Da will man angreifen und intern hat man ja grundsätzlich auch den Plan, in den kommenden Jahren immer mal wieder um Europa mitspielen zu können. Wir gucken heute mal auf den Kader, der dafür meiner Meinung nach auf jeden Fall eine ganz gute Basis bietet. Wir schauen auf eine mögliche Taktik, auf die Startelf und eben auch auf die Zielsetzung. Zudem noch auf weitere Neuzugänge, die dafür nötig sind. Also rein geht's in How to Fix Werder Bremen. Finde ich übrigens immer das Spannendste, die Neuzugänge, die Potenziellen. Übrigens lasst ganz, ganz viel Liebe bei Kickoff da. Ist ja ganz klar, sein Originalvideo ist dann unten verlinkt. Das werden wir in Zukunft auch bei jedem Video machen, wenn wir darauf reagieren. Also in diesem Format, wenn wir das Format durchgehend weitermachen. Ich bin auf euer Feedback, wie gesagt, angewiesen. Schreibt es unten rein. Zuallererst ist erstmal wichtig zu betonen, dass das Video bereits am Mittwoch aufgenommen wurde, sprich am 10. Juli. Wenn ihr das Video seht, ist schon ein paar Tage vergangen oder besser gesagt drei Tage vergangen. Das sollte auf jeden Fall noch passen und brandaktuell sein, aber nur kurz zur Info. Legen wir also los mit der taktischen Herangehensweise von Werder Bremen. Und wichtig dafür ist natürlich ein Cheftrainer und das ist Ole Werner. Der ist ja bereits seit November 2021 im Amt, das heißt noch ein paar Monate und er ist schon drei Jahre Werder-Trainer. Was natürlich in der heutigen Zeit wirklich eine lange Zeit ist. Er hat Bremen zurück in die Bundesliga geführt. Es gab dann zwei wirklich sehr souveräne Saisons und das Vertrauen ist deswegen auch groß. Und es gibt eigentlich gar keine Trainer-Diskussion. Schreibt mal gerne rein, wie ihr das so seht, betrefft Ole Werner. Seid ihr mit seiner Trainerleistung bei Werder zufrieden? Dann fragt ihr euch manchmal, ob mit einem anderen Trainer mehr gegangen wäre oder auch schlechter. Kann ja auch in die andere Richtung sein. Gerne mal reinframen. Natürlich schon auch in der Vergangenheit gewisse Kritiken an Ole Werner. Beispielsweise an seinem Umgang mit jungen Spielern. Er soll ihm nochmal mehr auf Tadente setzen. Ist ja generell auch ein Ding, was Werder Bremen jetzt gerne machen will. Nochmal mehr junge Spieler in den Fokus rücken. Und das zeigt natürlich auch die letzten Transfers, die wir auch gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel, vor allem für unsere U23 getan. Das wird in dieser kommenden Saison mit Sicherheit auch ein Faktor sein. Also einer der wichtigeren Punkte, dass Ole Werner junge Spieler ranführt, einsetzt und diese eben auch weiterentwickelt. Dass die genügend Spielzeit bekommen, ganz klar. Natürlich ist auch bei Ole Werner klar, dass die Ansprüche an ihn steigen werden. Aber wie immer ist es in Bremen ruhig. Man kann in Ruhe arbeiten und ihm auch beständig etwas aufbauen. Interessant wird auf jeden Fall dann die taktische Herangehensweise. Denn in den letzten Jahren hat der Bremen unter Ole Werner eigentlich immer mit einer Dreierkette gespielt. Und ich finde auch, dass der Kader dafür passend aufgestellt ist. Und wie schon am Ende der Saison planen wir deswegen eher mit einem 3-4-3-System und eben nicht mehr mit dem 3-5-2-System. Aber auch eine Viererkette ist mit ein, zwei Neuverpflichtungen auf jeden Fall denkbar. Dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit. Sehe ich übrigens auch so. Also mit ein, zwei Änderungen könntest du auch auf eine Viererkette gehen. Hättest dadurch eine Option mehr wahrscheinlich vorne drin oder Mittelfeld. Aber im 3-4-3 würde ich sogar relativ ungerne eigentlich in die Saison gehen. Weil ich wirklich, wie gesagt, finde, im 3-4-3 tust du das Spielfeld immer auf Außen verlagern. Das heißt, du bist darauf angewiesen, das Spiel über Außen zu machen. Kannst natürlich hoch pressen, vor allem mit diesen drei Mann. Hast aber auch eben ein Loch im Mittelfeld, gerade in Umschaltbewegungen, wenn einer der beiden Sechser-Achter vorrückt und dann kommst du eben nicht mehr richtig hinterm Ball. Dann ist die Konterabsicherung dort auch relativ anfällig. Plus, wenn du eben keine Lösung über Außen findest, wird es schwer, über das Zentrum überhaupt zu gehen. Viele Gegner werden dadurch vermehrt durch Zentrum dann auf Werder spielen. Wenn du das als Ausgleichsformation mal hast, ist das ganz anders als in des Durchgängenspiels, muss ich dazu auch sagen. Die Möglichkeit, sowohl im 4-3-3, im 4-2-3-1 oder sogar auch mit der typischen Werder-Raute im 4-4-2 zu spielen. Also der Kader bietet wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Wir planieren hier erstmal im 3-4-3-System. Und genau dafür gehen wir jetzt mal Position für Position durch und blicken mal auf jeder Stelle eben dann darauf, welche Spieler stehen dort zur Verfügung. Wer könnte gehen, wer müsste noch kommen und welche Lücken hat somit noch der Kader. Im Tor gab es ja zahlreiche Veränderungen, könnte man sagen. Denn Michael Settere ist jetzt auf jeden Fall endgültig die klare Nummer 1 und trägt sie eben jetzt auch auf dem Rücken. Lairo Kera und Top-Talent Backhaus ist nun die neue Nummer 2. Und mit Markus Kolke wurde dann noch von Rostock ein erfahrener Keeper hinzugeholt. Ich denke mal, damit ist... Ich glaube, bei Keeper brauchen wir gar nichts groß uns selber vormachen. Da sind wir echt bestens aufgestellt. Also Keeper, diese Position, da sind wir... Da bin ich super zufrieden mit. Das ist auf jeden Fall gut aufgestellt mit einer sehr, sehr guten Mischung, etc. Als eben Stammkeeper, Backhaus als Talent mit Kolke, eben dann einen unglaublich erfahrenen Keeper. Das passt auf jeden Fall echt gut zusammen. Veränderungen gab es hingegen in der Dreierkette bislang nicht. Oder besser gesagt in der Innenverteidigung, wobei das auch gar nicht mal so zwingend notwendig ist. Die rechte Innenverteidigerposition geht auf jeden Fall in meiner Planung an Niklas Stark. Ist für mich einfach ein super Innenverteidiger, der sehr viel mitbringt. Aber natürlich auch seine Verletzungen endgültig in den Griff bekommen muss. Malatini aber dann noch als Herausforderer, der bei einer Viererkette vielleicht nochmal den rechten Verteidiger geben kann. Hundertprozentig glaube ich sogar. Also wenn du Viererkette baust oder bauen würdest, Malatini hat genauso viele Profispiele in der Innenverteidigung wie als Rechtsverteidiger. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch von seinen Profilen, auch von seiner Geschwindigkeit her, dass er in der klassischen Viererkette problemlos diese auch bekleiden könnte. Aber eben auch bedingt durch Malatini, den man dort im vergangenen Winter schon geholt hat, hat man eben hier schon einen Neuzinger sozusagen mit dabei, der eben auch erst recht jetzt eine gute Rolle spielen soll. Hat übrigens auch ein sehr, sehr gutes Testspiel gemacht, Malatini. Das muss man auf jeden Fall auch mal sagen. Das war schon wirklich richtig, richtig ordentlich, wenn man sich das Ganze mal angeschaut hat. Also mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Malatini. In der Position spielt dann hier der Kapitän und das ist Marco Friedl. Logischerweise ist er Stammspieler, entweder auf dieser Position oder eben auch dann als Linker Innenverteidiger. Würde hier sogar, sieht wahrscheinlich ein bisschen, ist wahrscheinlich schwierig zu bauen, also jetzt in der Grafik. Aber als Ersatz für Friedl wäre für mich immer stark in der Mitte und dann Pieper rechts als Backup oder auch Veljkovic je nachdem und Pieper dann als linken Backup dann noch mit rein, weil Pieper kann eben auch Linker Innenverteidiger spielen. Bei Veljkovic, ja, der auf seinen Grund, auf seinen Spielaufbaus, was in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden ist, kann ich mir ihn da zum Beispiel auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, wenn Friedl jetzt gerade fehlen würde, würde ich eher stark in die Mitte, glaube ich, ziehen. Oder eben Veljkovic, Pieper wäre für mich eher auf der rechten Teilheposition, nicht im Zentrum. ...Amos Pieper, den Tier erstmal als Ersatz. Er hat aber natürlich auch das Zeug zum Stammspieler. Generell ist es noch wichtig zu betonen und das zählt auf jeder Position. Es ist natürlich jetzt erstmal sozusagen ein Spieler oben gezeichnet, ein Spieler unten gezeichnet, wodurch man jetzt natürlich sagen kann, okay, das eine ist die Startelf, das andere ist die B-Elf. Wie man es aber auch kennt, es wird rotiert und das heißt auch in der Dreierkette werden natürlich auch da mal andere Innenverteidiger spielen. Denn auch auf der linken Seite haben wir es dann mit Anthony Jung, einen, der sich dort festgespielt hat und als Stammspieler in die Saison gehen wird. Aber generell mit Minos Veljkovic einen guten Ersatz, der auf allen drei Positionen spielen kann. Wobei ich ihn auf links am ungernesten sehen würde, also Veljkovic. Deswegen auch hier kein Neuzugang von mir, ist auf jeden Fall nur dann überhaupt vorstellbar, wenn noch einer gehen sollte. Kommen wir damit zu den Außenverteidigerpositionen, denn da wird es dann doch schon etwas interessanter. Vor allem bei der Dreierkette ist natürlich dann die rechte Schienenspielerposition perfekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen er als Weiser Backup nimmt. Perfekt für Mitchell Weiser. Er hat ja seinen Vertrag auch nochmal verlängert, aber für die Viererkette fehlt ihm dann doch schon die passende Alternative. Deswegen habe ich hier auch nochmal nach einem Neuzugang gesucht, aber auch dort ganz bewusst ein aktuelles Gerücht aufgeriffen, weil es, finde ich, einfach perfekt passt mit Kilian Sardella. Das ist ein rechter Verteidiger aus Belgien vom RSC Anderlecht. Sardella ist 22 Jahre jung, er ist in Belgien auch dort Nationalspieler der U21 und ein im Vergleich zu Weiser defensivstarker Rechtsverteidiger. Er hat auch bereits in der Karriere als Linksverteidiger und Innenverteidiger gespielt und ist 1,74 Meter groß. Vor allem seine Laufstärke ist echt beeindruckend, also er arbeitet die Seite hoch und runter und selbst wenn er eben dann mal in der Offensive mit dabei ist, ist er durch seine Geschwindigkeit auch schnell wieder in der Defensive mit dabei. Er ist gut am Ball, schlägt gute Flanken, aber ist eben auch defensiv nochmal deutlich stabiler. Ist ja leider kalt die Spur zu Sardella, aber ja, wäre ich auf jeden Fall dabei, würde vor allen Dingen eine Alternative zu Vierer hätte geben, aber derzeit leider kalt Sardella, aber ein guter Vorschlag auf jeden Fall, klar. ... als Weiser. Zudem natürlich auch mit seinen 22 Jahren, das zeugt dazu, sich noch für mehr zu berufen, also Potenzial für mehr ist auf jeden Fall vorhanden und das Interessante ist bei ihm, es gibt nur noch ein Jahr Restvertrag. Das heißt, sein Vertrag in Anerlecht nur noch ein weiteres Jahr bis 2025. Sein Marktwert liegt bei 5 Millionen Euro und da ist auf jeden Fall was möglich. Man hat zwar auch aus Belgien, dass Anerlecht sogar mehr haben will als 5 Millionen, bedingt durch die Vertragslänge glaube ich aber, dass man sogar darunter zuschlagen könnte und dann würde ich das auch auf jeden Fall machen. Damit wäre die rechte Abwehrseite auf jeden Fall schon mal abgehakt. Auf der linken Abwehrseite, da plant man eben dann ohne Neuzugang. Felix Argo ist wieder Stammspieler, ist topfit und kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette links hinten spielen. Vor allem hat er übrigens gerade seinen Vertrag verlängert, also da muss man auch nochmal sagen, Glückwunsch, sowohl an Werder als auch an Felix Argo, alles richtig gemacht, musstest du auch verlängern. Ganz, ganz wichtige Säule für die kommende Saison. Als Schienenspieler ist natürlich aber auch Deman sehr passend, Opitz wiederum kann verliehen werden. Richten wir unseren Blick ins zentrale Mittelfeld, eben dann auf eine potenzielle Doppel-6, wo für mich die 6er-Position ganz klar an seine Lünen geht. Für mich ein richtig starker Transfer gewesen, er ist endgültig angekommen und deswegen ein Komplettpaket hier auf der 6er-Position. Alvero wurde natürlich dann auch noch fest verpflichtet, er kann aber natürlich auch genauso gut auf der 8er-Position neben Lünen zum Stammspieler werden. Eben dort auf der 8er-Position als Partner von Lünen sehe ich aktuell Jens Stay. Stay ist für mich auf jeden Fall ein kompletter Mittelfeldspieler. Und da wäre ich halt sehr gespannt, ob Alvero wirklich hinter Stay am Ende steht, am Ende der Vorbereitung steht. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, was Thiele hier gerade aufbaut mit Stay und Senne, dass diese Doppel-6 erstmal bespielt wird. Aber Alvero auf Sicht glaube ich, dass der der Partner von Senne Lünen wird. Mir persönlich fehlt hier sowieso die Option auf einen Sechser, also Senne Lünen und dann Stay und Alvero zum Beispiel in der Doppel-8 oder eben auch Alvero und Romano Schmid, wenn man offensiver denkt. Aber ich bin sowieso gespannt, wie er jetzt davor geht, ob er da praktisch eher mit einem Doppelflügel geht, also linker-rechter Flügel, was ja oft im 3-4-3 dann auch so gespielt wird. Oder ob es dann eben Halbraum-Leute werden. Ähm, gucken wir jetzt gleich mal. Bittenkut wiederum haben wir dann eben nur noch als Ersatz. Keita kann gehen und auch Salifu ist wohl ohne Zukunft. Schauen wir nun mal. Salifu hat nach dem letzten Testspiel auf jeden Fall erstmal auf sich aufmessern gemacht, muss man sagen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das weiterhin in Vorbereitung geht. In den Offensiv-Bereichen und auch in den Kreativ-Bereichen, denn auch dort soll er möglicherweise nochmal ein bisschen was passieren. Im 3-4-3 haben wir natürlich dann auch eine relativ flexible offensive Dreierreihe. Denn man kann vor allem auch diese beiden Positionen hinter der Spitze als Flügelspieler natürlich dann identifizieren. Man kann aber auch sagen, das sind Halbraum-Spieler, die so ein bisschen schwimmen zwischen Zehner und Flügel-Position. Man kann genauso gut einen Zehner da hinstellen. Wenn man es dann mal im Spiel umstellt, kann vielleicht sogar eine der beiden Flügel-Optionen zur hängenden Spitze werden. Und das macht es eben auch in der Kaderplanung so interessant. Denn für mich ist Justin Nginma auf jeden Fall Stammspieler auf dieser Position. Vor allem auf dieser Position passt er perfekt hin. Ist ein toller Spielertyp, der natürlich vor allem auch mit seinem Tempo die komplette Offensive beleben kann. Ich habe jetzt hier mal Marco Grüll als Neuzugang hinter ihm stehen. Klar, wenn Grüll spielen wird, dann wahrscheinlich eher über die linke Bahn. Aber ist ihm einfach jetzt hier zur Darstellung gedacht, um einfach zu zeigen, das ist sozusagen die etwas typischere Flügel-Position. Nankishi und Berg sind hier ja ohne Zukunft. Denn die linke Position geht dann in meiner Planung wieder etwas mehr in Richtung Zehner. Romano Schmid ist dort sicherlich erstmal der Stammspieler. Wenn er denn bleibt, hat er wirklich auch eine echt gute Entwicklung genommen. Hansen Arröhn wird mehr spielen wollen und möglicherweise auch mehr spielen. Aber ein weiterer junger Kreativspieler wird ja gesucht. Ich habe eher nach einem Herausforderer gesucht, weil einfach Schmid, Nginma und auch Grüll potenzielle Stammspieler sind. Und da bin ich dann auf einen interessanten Kandidaten. Ah, er hat da einen Neuzugang, okay. Also ich muss erstmal sagen, dass ich persönlich, wenn Nginma zum Beispiel und da links dann Romano Schmid spielt, dann, glaube ich, macht es mehr Sinn, hier auf so eine Art Miniraute, so eine Art, in die Richtung zumindest zu gehen, dass du dann Romano eher so als Zehner wirklich einplanst und Nginma nebenduck stellst. Weil Nginma hier auf der Position, der ist überhaupt kein Halbraumspieler. Wenn, dann ist der auf dem Flügel oder halt vorne drin. Das heißt, du kannst ihn entweder tief spielen oder spielst ihn halt eben breit an. Aber im Halbraum, dass er irgendwie das Spiel da mitgestaltet, das ist dann eher schwierig in der Doppelzehn. Romano, Nginma jetzt in dem Fall. Kannst natürlich tendenziell eine Doppelzehn bauen oder mit zwei Halbraumleuten gehen. Würde aber tatsächlich auch bei Grüll, es ist schon viel eher so, dass er klar über den Flügel gekommen ist in der Vergangenheit oder eben im Zentrum gespielt hat. Im Zentrum dann aber eben als Stürmer. Deswegen ist das ein bisschen schwierig und wird auch sehr interessant sein, im Laufe der Vorbereitung zu sehen, wie sich das entwickelt. Bin aber jetzt gespannt, wen er allgemein, weil er noch in Zehner auch kommen soll, wen er da als Kandidat mit reinschmeißt. Für mich gestoßen mit Gabriel Widowitsch. Das ist ein linker Mittelfeldspieler, der aber auch genauso gut auf der Zehnerposition spielen kann, vom FC Bayern München. Auch er ist ähnlich wie Sardella noch sehr jung mit seinen 20 Jahren. Ich habe auch ganz bewusst nach jungen Spielern gesucht, weil das auch einfach Bremens Weg sein wird und ist einfach extrem passend. Er ist Deutsch-Koate, auch kroatischer U21-Nationalspieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist. Also er hat zuletzt auch oftmals als linker Flügelspieler gespielt, er ist aber auch genauso gut einsetzbar als Zehner. Er ist recht eben dann perfekt für diese Halbraumposition in diesem System und vor allem ist er ein Techniker, ein trickreicher Spieler, der top Distanzstütze ist, der schnell ist, schwer vom Ball zu trennen ist und einfach dort im Spiel mit dem Ball ganz klar seine Qualitäten hat. Er ist meiner Meinung nach auch bereit für die Bundesliga in den vergangenen zwei Jahren per Laie wirklich peu à peu weiterentwickelt. Nämlich erst mal er bei Vitesse in der Niederlande, konnte dort in 25 Spielen vier Tore... Danach ist er zu Dynamo Zagreb gegangen. Dort hat er letzte Saison 27 Spiele in der Liga gemacht und dabei sieben Tore erzielt. In der Conference League hat er auch neun Einsätze gehabt, auch ebenfalls da ein Tor gemacht und in Pokal vier Einsätze. Konnte auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen und es gibt auch die ersten Interessenten an ihm. Ist auf jeden Fall kein uninteressanter Mann, wenn man mal sagt, okay, man holt jetzt da eher einen Potenzialspieler. Linker Flügel, Schrägstrich-Halbraumspieler, kreativ, gut am Ball, hat einen guten Abschluss, gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Dann war er in seiner Heimat bei Zagreb, wurde dort sogar Meister mit zehn Scorern in 27 Spielen und trotzdem wurde die Kaufoption dann nicht gezogen. Deshalb ist eben jetzt, ja, Vidovic erst mal wieder zurück bei seinem Stammverein im FC Bayern München. Er würde sich dort auch ganz gerne drüber setzen, aber das ist dann doch schon eher unrealistisch. Sein Vertrag beim Rekordmaster läuft auch noch ein weiteres Jahr. Ja, im letzten Vertragsjahr 3,5 Millionen Mark. Wer hat das Problem bei Bayern, bei dieser Geschichte ist ja immer, kennen wir ja auch schon, wenn du dann Spieler von Bayern holst und er hat noch ein Jahr Vertrag, sollte man meinen, okay, kannst du vielleicht sogar einen guten Deal in der Ablöse machen, wirst du wahrscheinlich auch, aber Bayern, Safe Call, Rückkaufoption, Weiterverkaufsgebühr und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Nachteil bei Bayern. Aber klar, ich glaube, dass das ein Spieler ist, den die auf jeden Fall auch abgeben wollen noch. Und wenn der dann zum Beispiel für drei Millionen zu haben ist, dann wäre der auf jeden Fall in dem Rahmen von Werder mit dabei. Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro und da sind eben dann auch verschiedene Deals möglich. Vielleicht verlängert Bayern seinen Vertrag und verleiht ihn, vielleicht verlängern sie ihn auch oder vielleicht verkaufen sie ihn auch mit einer möglichen Rückkaufoption. Oder man sagt eben, okay, wir planen tatsächlich ohne Vidovic, wir verkaufen ihn jetzt für eine halbwegs akzeptable Summe, damit der Spieler eben einen passenden Klub für sich findet. Bei allen drei Szenarien kann Bremer auf jeden Fall eine ganz gute. Ich sage euch, Rückkaufoption wäre so oder so immer dabei. Bei Bayern kannst du gefühlt keinen Spieler ohne Rückkaufoption verpflichten. Also so allein erfahrungsgemäß, sage ich mal. ...möglichkeit sein. Und damit wäre noch dann die Offensive nahezu perfekt aufgestellt. Im Sturmzentrum ist natürlich dann Marvin Duxch gesetzt. Klar, er ist jetzt nicht der typische, alleinige Neuner nach vorne drin. Aber wenn er eben bleiben sollte, dann ist er auf jeden Fall hier gesetzt. Sollte er gehen, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass man dann eher sogar nochmal einen etwas typischeren Neuner hinzuholt. Kike Top haben wir dahinter. Glaube ich auch, Profil Kike Top in diese Richtung würde, wenn man, also würde man, glaube ich, dann eher scouten anstatt Duxch, der ja dann doch eher ein spielerischer Stürmer ist, der um einen Stürmer rumspielt. Gefällt mir übrigens überhaupt nicht in dieser, wenn du so eine Formation baust und dann Duxch am Ende der Kette ist, würde mir persönlich das gar nicht gefallen. Es könnte darauf hinauslaufen, aber Duxch ist für mich kein Zielspieler, Stürmer, das hat er auch selber ja schon oft bewiesen, ist er eher der Spieler, der um einen Stürmer rumspielt, auch seine Expected Codes aus dem Spiel heraus. Das macht alles nicht ganz so viel Sinn, ihn am Ende der Kette da eben aufzustellen, auch wenn ich absolut bei Thiele hier bin. Es wäre wahrscheinlich genau das, dass dann Duxch dort spielt. Aber ich glaube, dass man, da hat man ja auch hier Clemens Fritz vor kurzem erst gesagt gehabt, dass Marvin Duxch ein Kandidat ist, wenn ein passendes Angebot kommt, was auch für ihn interessant ist, dass man sich da zusammensetzen wird. Also ich glaube schon, dass man irgendwo schon auch mitspekuliert, dass er eventuell gehen könnte. Und deswegen ist ja auch so interessant, welche Formation wir am Ende wirklich gehen. Hier, wenn wir so diese Formation bauen, würde es mir auf jeden Fall wesentlich besser gefallen, wenn man da Senni Lünen auf der Sechsset Stay und Romano Schmid in die Doppelacht steckt. Weil auch das ja aus der Formation herausgeht und Duxch und Duxch die Doppelspitze übernehmen. Weil ich einfach glaube, dass Duxch so besser auch in Szene kommt, vor allen Dingen auch einen Duxch besser bespielen kann. Duxch kann immer wieder einen Duxch auch steil schicken. Diese Tiefenläufe bietet ein Duxch ja sowieso an. Und da sehe ich ihn dann viel mehr in der Doppelspitze, als in diesem Halbraum jetzt so aufgelistet, als wenn Gröhl zum Beispiel kein Stammspieler ist. Also jetzt mal rein meinen Senf dazugegeben. Sollte man ja auch eine Reaction machen. Apropos an der Stelle, bevor wir jetzt weitergucken. Freunde, ich bin wirklich auf euch angewiesen. Ich will euch gar nicht nerven damit. Aber schreibt mir gerne Feedback unten in die Kommentare rein. Schreibt auch Videos rein, auf die ich reagieren soll. Könnt ihr mir auch gerne privat noch schicken, wo ihr sagt, ey Nico, schau dir das mal an, mach darüber eine Reaction. Diese Reactions können gerne ja dann auch mal was länger sein. Ich bin sogar am überlegen, ob wir vielleicht da mal auf deutlich längere Werder-Videos auch noch reagieren und dann eben hier unseren Senf dazugeben. Wenn euch dieses Format denn gefällt, wenn ihr sagt, ey, das Format Nico reagiert ist super, bring das ruhig ab und zu mal. Und dann können wir es so machen. Und natürlich noch ein Fragezeichen bei David Kovnatski. Ich glaube immer noch daran, dass Kovnatski möglicherweise Bremen verlassen wird. Aktuell gibt es aber dort nichts Konkretes. Aber so wird eben dann mal die neue Startelf von Werder Bremen aussehen, wenn man das so sagen möchte. Mit dem dann nochmal Mainz-Mai-Ergänzungen. Zum einen eben dann mit Sardella für die rechte Abwehrseite und dem mit Widovic für die linke Position, für die 10er-Position in dieser Systematik. Abschließend blicken wir dann nochmal auf das Saisonziel von Werder Bremen. Was ich jetzt mal als Kampf um Europa deklariert habe. Denn Bremen ist ambitioniert. Der Verein will etwas erreichen. Und ich finde diesen Ehrgeiz vollkommen richtig so. Also warum soll man denn sagen, ja nö, wir wollen irgendwie mal die Klasse halten. Na mal gucken, was noch so möglich ist. Natürlich, wenn man erst... Bin ich 100% dabei. Du musst dieses ambitionierte Ziel auch haben, um dich einfach zu steigern und keine Ausrede zu finden. Wenn es dann eben deutlich weniger wird, dass man sagt, ja, war aber auch nur das rausgegeben. Das Mindestziel Klassenerhalt ist ja immer da. Dass das erreicht werden muss, ist auch richtig. Auch das, was Ole Werner jetzt gesagt hat, so schnell wie möglich auf 40 Punkte gehen, ist auch klar. Aber beim Kampf um Europa dabei zu sein, und das heißt eben, wenn du auch unmittelbar in der Nähe bist, das heißt, du bist die Saison über die ganze Zeit auf 10, 9 da in dieser Richtung unterwegs und schielst auf 8 und 7 in diese Richtung, dann ist das alles nicht verkehrt. Und dann kann man da auch sagen, ey, hier geht auf jeden Fall einiges bei uns. Und das wäre das, was wir auch wollen, diese Steigerung einfach und mehr Punkte als letzte Saison. Auch das wurde ganz klar ausgegeben, ne? Also von Werner, dass er das gerne haben wollen würde. Erstmal die Klasse halten, das ist das erste Minimalziel. Aber Bremen will wieder ehrgeizig sein. Bremen will in Richtung Europa steuern. Und das ist eben auch dann die Zielsetzung. Man will das obere Tabellendrittel im Blick haben. Und sollte man am Ende dann zum Beispiel Platz 7 bis Platz 9 erreichen, da wird man sicherlich auch damit vollkommen zufrieden sein. Vom Kader wird auf jeden Fall der nächste Schritt erwartet. Junge Spieler sollen sich eben auch entwickeln können. Und das Interessante ist aber natürlich dabei, die Startelf wäre jetzt hier ohne Neuzugang. Und das ist für mich aber auch dann irgendwo realistisch. Ich habe eben jetzt keinen Neuzugang noch an Bord geholt, der direkt in der Startelf stehen würde. Sadella würde ich grundsätzlich zutrauen. Aber natürlich hat er in der Systematik einen Weißer vor sich. Bei einer Viererkette wäre es was anderes. Ein Vidovic kann sich, glaube ich, schon schnell durchsetzen, weil er einfach das Zeug dazu hat. Aber wir hätten eben auch dann keinen direkten Neuzugang in der Startelf. Ist durchaus was Besonderes. Spricht vielleicht für die manchen oder für die Kritiker, für eine fehlende Weiterentwicklung, für die, die es dann wiederum gut finden, für eine gewisse Konstanz. Die Mischung macht es am Ende sicherlich ganz gut aus. Und ich glaube, dass mit diesem Kader auf jeden Fall auch dann das Saisonziel möglich sein wird. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zu Werder Bremen, zu meinem How-to-Fix und eben auch dann zu euren Maßnahmen Bremen endgültig fixen zu können. Also ich sage auch ganz offen, erstmal finde ich ein super Video wieder von Thiele. Ganz, ganz liebe Grüße gehen hier auch raus. Ich glaube, dass jetzt auch nur noch die Abschlussworte kommen. Hier kommen auch nur noch die Abschlussworte. Was natürlich hier immer wichtig ist, ist ein Däubchen da oben da zu lassen. Guck mal hier, 427 Likes geknackt. Könnt ihr da gerne auch Liebe da lassen. Und dann hoffe ich, dass wir hier auch Richtung 400 Likes gehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir die einmal brechen würden. Für die Leute, die jetzt noch dran sind, sowieso auch mal reinschreiben. Ich bin noch dabei, Nico. 400 Likes, kein Problem. Muss einfach sagen, dass mir eine Sache hier fehlt. Ich würde mir schon noch einen Neuzugang wünschen, der Kategorie Startelf ist. Kann mir aber auch vorstellen, dass so jemand erst kommt, wenn auch noch jemand geht. Weil in dieser Rechnung hier ist es natürlich auch so, dass keiner geht. Und da wird die Frage sein, wird das wirklich eintreffen? Wenn man jetzt hört, Marco Friedl gibt zumindest mal Gerüchte. Wenn das Video jetzt hier rauskommt, weiß ich nicht, ob das vielleicht, kann ja auch schon demontiert worden sein. Aber es ist halt eben nun mal ein Gerücht. Romano Schmid kann ich mir vorstellen, wird es noch Gerüchte geben. Also es kann auch durchaus sein, dass der ein oder andere Stammspieler geht. Und da muss auch noch ein neuer Stammspieler kommen. Ich hoffe allgemein auf noch ein, zwei gute Neuzugänge, wo man Potenzial drin sieht, dass die auch relativ schnell in die Startelf gehen könnten. Dass man da eben eine gewisse Weiterentwicklung auch erzielen kann. Kampf um Europa ist für mich absolut richtig. Und Sardella finde ich auch trotzdem sehr, sehr spannend, auch wenn der aktuell kalt ist. Und auch Vidovic finde ich, ist ein guter Kandidat, den Thiele hier mit reingebracht hat. Also alles in allem, gutes Video von Thiele. Ganz liebe Grüße gehen raus an meinen YouTube-Kumpel. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages bald mal in einer Fußball-Challenge. Hatte Thiele nämlich auch gesagt, haben wir in Zukunft mal hin auf meinem Kanal Niko Baldan, auf dem Zweitkanal. Ihr könnt jetzt alle gerne nochmal ein Däumchen oben dalassen, gerne ein Abo dalassen. Schreibt mir euer Feedback rein zu dem Format Niko Reagiert. Und also eben abseits von Streams, sondern eben auch als Videoformat, wenn man das ab und zu mal bringt. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao, ciao.